Mir scheint, ich höre was. Könnte jetzt aber nicht sicher sagen. Ähm, äh, cheat. Bevor es Nacht wird, hätte ich gerne alles dicht. Zumindest im Erdgeschoss mal. Passt. Ah, nein. Mit vier kommen wir nicht aus. Ähm, add cheat. Close curtain. Dankeschön. Wobei, die Tür könnten wir eventuell so lassen, wenn wir hier mal Licht ausmachen. Ja, schade. Ähm. Dann haben wir, wo sind denn unsere Strohbeeren? Danke. Ja, das geht auch. Ich wollte sie eigentlich ablegen. Ähm, cooking pot with water. Den grabben wir mal. Ähm, dann hätte ich gesagt, stellen wir den da rein. und turnen den on. Hier haben wir Werkzeug. Ähm, die Housekeys und die Housekeys können wir mal da rein tun. Das kommt da rein. Hier, glaubst du, ich kriege die Spüle? Okay, fertig Frass. Hier haben wir Equipment. Cooking pot. Ähm, Aluminiumfolie. Food. Passt. Turn off. Danke. Ähm, und hier haben wir Dosenfrass. Sehr schön. Das heißt, das Zeug geht gleich mal da rein. Und alles andere hier müssten wir uns jetzt normal bewegen können. Genau. Ähm, das Magazin kommt hier rein, das Buch kommt hier rein. Ähm, den School Bag. Im School Bag passt die Roasting Pan, gehört eigentlich noch da drüben rein. Hoppla. Na, ich hab's heute mit den Ecken. Ja, genau. Hier rein. Ähm, passt da. War das so? Put in Container, Favourite, put on ground, drop this item. Weiß. Fresh cooked. Ähm. Brauch ich einen Löffel? Put on ground, drop this item. Brauch ich eine Gabel? Ich weiß im Moment echt nicht, wie ich die essen kann. Ich will sie nicht droppen, ich will sie eaten. Fresh cooked. Add random content. Pasta is by us. Nee. Ich sie hier hin packe, dann steht sie jetzt einfach so am Boden. Okay. Vielleicht ist sie schlicht und ergreifend noch zu heiß. Ähm. 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 Ist das eine zweite Uhr, oder? Nee, das ist meine, die ich eigentlich trage. Wear on left wrist. Passt. Alarm ist keiner gesetzt. Okay. Okay. Das restliche Zeug würde ich jetzt einfach mal Painkillers. Ja, das würde ich jetzt einfach mal da reinpacken. Hm. Tomatosauce vielleicht nicht. 14,7. Was hat denn so viel Gewicht? Bitte das Paddel. 1,4. Zwei Chips. Die Zigaretten wohl eher weniger. 1,0. 1,0. Oh, das Cool Bag. Ähm. Equip Secondary. Ja. Ah, das gefällt mir gut. Dann können wir den einen Hammer hier lassen. Und hier mal ein Unequip machen. Und dann können wir das Paddel hier lassen. Die Frying Pan. Das Sheet brauchen wir noch, Ops, brauchen wir noch oben. Die Tomatenpaste würde ich hier reinpacken auch. Ja. Fight to eat. Eben. Brauche ich da jetzt echten Teller? Gut. Gut. Hier ist soweit alles zu. Das wäre natürlich doof. Passt. Uh. Das mal zu. Hier ist dicht. Hier ist dicht. Das habe ich schon gesehen. Und hoppla. Hier ist auch dicht. Passt. Okidok. Was haben wir jetzt noch mit? Ball of Water. Okay. Was haben wir hier denn drin? Comic Book Electric. Volume 2. Newspaper Pencil. Ja, die Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten ist im Moment noch sehr bedingt. Ähm. Wir machen mal ein bisschen Körperhygiene. Ähm. Zeit. Schnelllauf. War. Lass mich mal kurz. Anxious. Ja. Okay. Ich höre doch Schritte. Ah. Egal. Wir schlafen mal eine Runde. Sollte nicht schaden. Okay. Okay. Ich möchte im Moment eigentlich nicht zu viel Krach machen. Wir haben halt noch nichts, was wir lernen können, oder? Nee. Nicht wirklich. Äh. Wir haben auch keinen Dosenöffner, oder? Hilft uns das vielleicht mit der Pasta? Das nimmt wieder die Ganze, oder? Ja. Es ist... Water Container Teacup Cooking. Wird uns aber auch nicht helfen, oder? Pudding Container Oven. Nee. Ähm. Na komm schon. Danke. Teacup. Dann würde ich die Pasta mal hier reintun. Einfach nur, damit das Gewicht weg ist. Und Dosenöffner, haben wir gesagt, haben wir auch keinen, oder? Nee. Okay. Gut. Es ist 0.10 Uhr. Uns ist jetzt auch noch langweilig. Natürlich. Der Herr hat zu wenig Action. Dem Herrn ist langweilig. Ernsthaft? Lies was. Ähm. Read. Genau. Und... Nein. Das wollte ich nicht. Vehicle E-Hotkey. Zap, 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 zap. F, toggle, chat, zap, audio, debug, search mode. Nein. Oh Gott, ich weiß ja... Hm. Ja, dann machen wir es halt so. Ähm. Vielleicht sit on ground. Read. Und dann machen wir mal diesen hier. Oh. Monsieur ist fertig mit Lesen. Toll. Ja. Ja. Dann hätte ich noch ein Magazin. Read. Wie lange hält das vor? Hm. Auch sehr lange. Ja. Hm. Wenn ich ehrlich bin... Ja, da oben schleichen sie. Klappe zu. Dankeschön. Wenn ich ehrlich bin, will ich in der Nacht nicht raus. Ah Gott. Ich hasse es, wenn sie so früh wach werden, aber... War sonst nichts mehr Interessantes? Nee. Die Bücherregale haben wir gesagt, da ist nichts Interessantes drin. Newspaperbook, Comicbook. Das macht noch keinen Sinn, oder? Hm. Read. Haben wir da schon was von? Oder... Kriegen wir gleich die Meldung, dass wir noch zu doof sind? Wir sind zu doof. Ja. Ja. Das habe ich befürchtet. Slow Healer. Smoker. Genau. Das heißt, wir würden Feuer brauchen. Column Toothpaste. Ach, komm schon. Nein. Nein, wir könnten uns schnell rasieren, aber... Naja. Da war halt auch nichts von Interesse drinnen. Neue Buchse. Leather Jacket wäre vielleicht... 06. 2040. 2040. Weight 2. Weight 06. Okay. Nein. Wir bleiben definitiv dabei. Aber... Wir müssten doch noch... Ja, genau. Strip T-Shirt. Hat keinen Unterschied. Wir müssen nicht alles anhaben. Abgesehen davon, dass uns sonst eh zu warm wird. Äh, zäh, 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 zäh. Was wir machen könnten... Warte mal. Tralalie und Tralala. Tralala. Wirst du... Nein. Potentatein... Cooking Pot with Water. Warum nehme ich den? Ich wollte den Empty. Und den Empty Kettle. Der bleibt da drinnen. Und die müsste ich doch... Equip Primary. Bill. All. Dann gucken wir mal, wo wir überall Wasser reinkriegen. Dann können wir zumindest noch Wasser abkochen. Besser als nix. Okay. Wir haben... Kettle of Water. Okay. Roasting Pan geht also nicht. Cooking Pot with Water. Okay. Die... Frying Pan und die Roasting Pan können wir wieder ablegen. Ist ein bisschen Gewicht weniger. Passt. Und dann hätte ich gesagt... Turn On. Den könnten wir eigentlich mal auf den Rücken schnallen. Dann haben wir ein bisschen... Fernkampf. Ah. Hier können wir eigentlich noch trinken. Wenigstens etwas. Tralali und tralala. 40. 50. Komm schon. Komm schon. Müsste reichen. Fast. Äh. Hallo. Turn Off. Danke. Enable Search Mode. Ja. Wir könnten... Sollen wir mal ganz mutig sein? Nein. Eigentlich will ich das nicht. Wir schauen mal. Da hinten sieht es so weit ruhig aus. Ja. Okay. Dann zoome ich mal... Ich bin im Schleichmodus, oder? Ja. Passt. Dann zoome ich mal so weit raus, wie es geht. Wir wollen ja keine bösen Überraschungen, nicht wahr? Und dann gucken wir mal... Was wir hier so machen können. Ihr kennt ja das Spiel. Unsere Nachbarschaft muss schöner werden. Ist da jemand? Ja. Das ist die Leiche, die ich hinterlassen habe. Danke. Bleiben Sie ruhig liegen, junge Frau. Ähm... Ähm... Die grappen wir mal. Ansonsten... Lalalalalalalala... Dreh dich ja nicht weg. Wage es nicht. Uiuiui. Mir geht die Düse, Freunde. Bitte keine Alarmanlage. Uuuh. Zigaretten. Schön. Louisville-Map. Zwei Magazine. Annotated-Map. Sehr schön. Aber keine Schlüssel. Shit. Ähm... Wie komme ich wieder raus? Mit E. Genau. Höre ich... Bäh. Ja. Gleich so viele, Freunde. Ja. Weg von mir. Fall um, bitte. Komm, du. Nein, 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 nein. Nein. Er du tot? Huh. Das war knapp. Ertta, Favälta. Check it. Nein. Die Unterbukser. Baseball-cab. Naja, besser als nix, oder? Schützt vielleicht den Hals ein bisschen? Eher nicht so. Ja. Da haben wir unseren Freund auch schon. Aus. Ja, so gefällt mir das. Und schön aufs Köpfli. Oh Gott, da ist noch einer drinnen. Ja. Komm raus. Danke. Wallet. War mal mit. Mal schauen, ob wir es nicht brauchen können. Hm. Alter, wohnt da die ganze Nachbarschaft in dem Haus, oder was? Wird abgesperrt auch noch. Ach, Tor. Wer sperrt denn sein Haus in der Apokalypse ab jetzt ernsthaft, Leute? Ja, eher ruhig passt. Lasst uns mal einen Blick in die Botanik werfen. In die Botanik, ja. Werft den Purschen auf den Boden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist es ruhig. Ganz ran will ich nicht mit dem Zoom. Keine bösen Überraschungen, wenn's geht. Danke. Hier ist offen, nachdem das Blut reingespritzt hat. Passt. Soweit niemand. Passt. Ihr könnt mich ja erst mal die Botze absuchen, dann schauen wir weiter. Zwei Tote in den ersten zwei Minuten haben mir völlig gereicht. Ist niemand, okay. Okay. Es ist ruhig. Sieht auch sauber aus. Und. Ja. Okay. Hier ist mal sicher nix. Uh. Bandages. Nehme ich. Beta Blocker. Nehme ich. Sheet. Ja. Eins brauchen wir noch. Bandages. Rabater. Alles egal. Hier haben wir was. Äh. Crossword Magazine. Ja. Ja. Ich nehme einen Stift mit. Was soll's. Ähm. Crossword. Birdsearch. Oh Gott. Da hat's ja wirklich einiges an Updates gegeben. Funny Bag Front. Equip. Wear on Front. Danke. Da könnten wir nämlich jetzt gleich mal unsere Zigaretten. Nein. Nicht in den Rucksack. Unsere Zigaretten rein tun. Oh. Wir haben noch ein Baseball Bet. Deswegen sind wir so belastet. Okay. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Okay. Vielleicht finden wir unten. Ah. Was zu. Oh. Ähm. Power Sources. Blablabla. Äh. Life and Living hätte ich gerne. Unhappiness geht runter. Ja. Das ist schön. Life and Living müsste jetzt ja irgendwas haben, oder? Ja. Boredom geht runter. Perfekt. Ähm. Eine Zigarette. Ein Pop. Zigarette kommt gleich wieder hier rein. Was haben wir denn hier Schönes? Hm. Ein Duffer Bag. Zwei Hammer. Die brauchen wir aber nicht. Eine Säge. Sehr schön. Ja. Wir haben Cooking gelevelt. Das ist sehr gut. Hier haben wir noch eine Soda, wenn ich das richtig sehe. Ja. Chips. Danke. Ähm. Ich bin aber auch ein Vollhonk. Mutton Jaw. Fresh Uncooked. Das kann man noch verwenden. Pfeffer. Alles her, was wir in Zutaten kriegen. Ähm. A bottle of water. Okay. Chips. Dried Split Peas. Chips. Oh. Zwei sogar. Ähm. Und. By the way. Eat. All. Das müsste normalerweise eines sein. Ja. Perfekt. Geht der Hunger zumindest ein bisschen runter. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Ähm. Auf dem Boden. Meins. 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 Im Herd. Nix. Ein Can Opener. Meat Cleaver. Ab in den Rucksack. Ähm. Die Can Spaghetti. Die Can Spaghetti. Ab in den Rucksack. Die Zutaten. Can Opener. Cereals. Mehl. Das mal alles in Rucksack. Zucker in Rucksack. Eine Flasche Wasser können wir auf jeden Fall in Rucksack tun. Dann sind wir nicht mehr ganz so überlastet. Die Säge kommt in den Rucksack. Und die drei Pops kommen in den Rucksack. Nein? Nicht mehr? Doch.